Professor Andreas Heinemann-Grüder, Politikwissenschaftler von der Universität Bonn. Robert Habeck in der Ukraine, während der Krieg tobt, um schon über den Wiederaufbau zu reden. Breitere, nachhaltigere Energieversorgung, für mich wirkt das erstmal ein bisschen schräg. Für Sie? Nein, es wirkt für mich überhaupt nicht schräg. Und zwar, weil in den rückeroberten Gebieten die Infrastruktur wieder aufgebaut werden muss. Die strategische Infrastruktur, insbesondere Strom, Gas, Wasserversorgung. Jetzt haben Sie sich hier offensichtlich sehr stark auf Stromversorgung konzentriert. In der Tat sind die Themen, die er genannt hat, auch schon 2020 in der Energiepartnerschaft besprochen gewesen. Aber die Dezentralisierung macht auch die Ukraine weniger angriffbar für die Russen. Und zwar, weil das nicht abhängig ist von einem zentralen Stromnetz, sondern wenn es kommunale Stromnetze gibt, dann ist nicht die gesamte Region oder ein gesamtes Großgebiet betroffen, sondern dann ist vielleicht eine Kommune betroffen. Und wenn man das auch auf mehrere Beine stellt, also mehrere Stromquellen da sind, dann kann der Ausfall der einen Quelle auch durch eine andere kompensiert werden. Es ist meines Erachtens auch ein Beitrag zur möglichen Rückkehr. Viele Flüchtlinge sind in Nachbarstaaten geflohen am Anfang des Krieges, aber versuchen jetzt zurückzukehren, weil sie sich hier auch nicht eine neue Existenz aufbauen können. Die werden das sehr stark davon abhängig machen, ob eine elementare Infrastruktur da ist, also man Wasserversorgung hat, Strom- und Gasversorgung. Ist das denn das, was die Ukraine sich gerade auch wünscht, als Unterstützung aus dem Ausland? Oder wäre es nicht gerade mit Blick auf Deutschland vielmehr weitere Waffenlieferungen als Unterstützung in Sachen Know-how, was den Aufbau der Infrastruktur, wie der Aufbau der Infrastruktur angeht? Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Also die Situation selbst in den befreiten Gebieten ist ja grauenhaft für die Bewohner, die da vielleicht auch zurückkehren wollen oder auch da geblieben sind. Das heißt also, diese Attraktivität auch für die Ukraine-Bewohner bleibt hier, weil wenn der Krieg vorbei ist, dann gibt es auch schnell eine Verbesserung der Situation, die durch den Krieg entstanden ist. Insofern ist das auch für die Ukraine sozusagen für die Wiedergewinnung der Köpfe und Herzen und für die Zuversicht der ukrainischen Bevölkerung elementar, weil sie sind die meisten ermüdet von der Zerstörung der Infrastruktur und nicht unmittelbar, dass ihnen jetzt eine Rakete auf den Kopf gefallen ist, sondern dass elementare Versorgung für Familien, für Alte, für Kinder nicht gegeben ist. Das zermürbt die Ukraine. Jetzt hat Robert Habeck die Ukraine zum ersten Mal besucht. Es sind aber Ministerinnen und Minister vor ihm auch schon da gewesen, also seit Kriegsbeginn, davor ist er schon da gewesen. Jetzt würde ich von Ihnen gerne noch wissen, wenn wir uns Deutschland angucken, als Unterstützerland der Ukraine auch in diesem Krieg. Welche Rolle spielt Deutschland da und wird Deutschland dem gerecht, was viele von Deutschland ja fordern, auch da eine Führungskraft zu sein, eine Führungsrolle zu übernehmen? Also lange Zeit wurde es zögern und zaudern, beklagt, aber ich glaube, dass das jetzt auch mit der Entscheidung, die Kampfpanzer Leopard 2 zu liefern, auch vorbei ist und dass sie jetzt nicht mehr die Befürchtung gegenüber Deutschland haben, dass es sich für einen Sonderfrieden einsetzt. Obwohl es natürlich die Stimmen nach wie vor in Deutschland auch gibt und auch in Teilen der SPD, die sagen, man müsste jetzt quasi mit Russland einen Frieden schließen, so auch vielleicht hinter dem Rücken der Ukraine oder jedenfalls zu Bedingungen, die vergleichbar sind, was früher beim Minsker-Abkommen abgeschlossen wurde, wo die ukrainischen Interessen ja auch nur begrenzt berücksichtigt wurden. Aber so diese Befürchtung ist nicht mehr so stark, wie sie vielleicht vor einem halben Jahr noch war, dass Deutschland zum Verräter wird. Professor Andreas Heinemann-Grüder war das, mit Einschätzung zum Besuch von Robert Habeck in der Ukraine und zum aktuellen Kriegsverlauf. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.